Und damit herzlich willkommen zurück bei Anno 1800, die hat eine neue Siedlung hier errichtet. Miss Margaret Hunt. Das ist actually eine bessere Insel wie unsere. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber die Insel hier ist viel besser zum Bauen. Warum haben wir die Insel nicht genommen? Achso, weil das Game uns die andere gegeben hat. Ich vergaß. Hier war es so viel besser gewesen zum Bauen. Sie hätte auch Bananen, Baumwolle. Na cool, wir haben hier nicht mal Baumwolle drauf. Geil. Ja, wir werden das wahrscheinlich nicht brauchen. Bin mir sicher. Bis die Schiffe da sind, wird es noch ewig brauchen. So, wir können leider, wenn wir nicht 50 Schonelleos haben, auch noch gar keine Bananen planen. Das ist ein bisschen, ein bisschen nervig. Ja, da muss ich dann irgendwo vielleicht den Marktplatz weiter hier drüben hinsetzen. Damit ich dann hier vielleicht nochmal irgendwo Häuser bauen kann. Oder hier vielleicht nochmal einen, damit ich hier nochmal bauen kann. Na, mal schauen. Vielleicht mach ich auch den nachher weiter hier. Hier so rüber. Sind immer noch fast alle in Range, bis auf die letzten drei hier. Ja, aktuell ist es so wahrscheinlich wirklich sinnvoller. Damit hätte ich alles, also wirklich gut in Range. Dafür brauchen wir aber leider Holz. Ja, ich würde ja gerne mit ihren Handelsvertrag machen, aber... Komm, wir probieren's. Ja, wir waren erfolgreich. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, sterbe ich lieber mit dem Messer zwischen den Zähnen. Sehr gut. Immer schön mit den Piraten verbinden. Wir sind ja auch eigentlich ganz tief im Inneren. Pirat. Leicht erfüllt. Natürlich geht es bei ihm schief. Komm, bei ihr doch nicht. Ah, es geht bei ihr auch schief. Wow. Nein. Nein. Ja, Militär sind wir ganz weit weg vom Schuss. Ach, du Schande. Wir sind überall weg vom Schuss. Wir schauen uns diese Statistiken einfach nicht mehr an. Das ist das Beste so. Ja, das ist halt jetzt gerade... Ich bin stuck wegen diesen... Ah, weil die Schiffe hier rüber müssen. Kann man ein bisschen beschleunigen. Vielleicht geht's dann schneller. Ja, ihr verkauft da... ...gegenseitig immer Anteile. Komm, ich beschleunige das Game mal ein bisschen. Das Schiff... ...hat's hier noch nicht mal aus der Karte geschafft. Schneller geht nicht mehr. Ja, ich will noch schneller. Äh, eine Lieferaufgabe, ja. Was soll man dir denn liefern? So, ein schäbiges, ödes Leben. Äh, nein. Auch wenn der Glaswache nicht schlecht ist. Ihre Zeit nicht wert, was? So, wir müssen jetzt was abholen. Wir haben leider... Wobei, wir können noch eine Fregatte bauen. Machen wir einfach. Lass dir ruhig Zeit. Was sollen wir dir abholen? Von wo? Immer schlagen das Herz. Ah, okay. Wir müssen da mit dem Schiff ran, leider. Äh, wir haben leider kein Schiff aktuell. Es ist ein Problem, es ist ein Problem. Jetzt, ich überlege hier auch gerade, ob ich... Weiß mal, reichen die, äh, Klamotten? Aber gerade so. Äh, ich habe die Webereien nicht ausgebaut hier. Kein Wunder, dass die Klamotten... Also jetzt reichen sie auf jeden Fall. So, das Ding ist, ich könnte hier eigentlich auch... ...holz bauen. Bretter, irgendwo hier oben oder so. Na, hier lohnt sich nicht. Wir wären dann hier oben. Wir machen hier... ...zwei Holzfäller hin. Da haben wir hier ein Lagerhaus hin. Ja, ja, du bist so nicht verbunden. Das weiß ich. Das ändern wir gleich. Ich habe keine Straßenverbindung, Hilfe. Jetzt hast du eine. So, und dann können wir hier... Ja, reicht hier... Hier geht eine Bretterbude hin, ne? Ja. Und dann hier noch eine. Dann kann... Ja, das... Die kommt da auch noch hin. Okay. Das ist gut. Dann können wir jetzt nämlich hier haben wir dann... Wir haben da nicht das Problem, dass wir Bretter hin und her karren müssen. Und wir könnten den theoretisch auch noch Schnaps bauen. Dann sind die auch nochmal happy, jo. Alle Achtung. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Man könnte die zwar aufsteigen lassen, aber ich will die gar nicht aufsteigen lassen. Erstmal. 999. Das ist geil. Wir haben echt 999 Reserve in Arbeitskraft. Wir haben das geschafft. Es sind wirklich... Es ist ridiculous. Wir haben genau 999 Arbeitskraft übrig. Unintended einfach. So, ja, die Weltkarte, da brauche ich gar nicht drauf gucken. Die sind höchstens bei der Hälfte. Ah. Na. Die Biene ist noch... Die fleißige Biene ist ein bisschen weiter. Aber es ist auch expected. Die ist auch schon gefühlt eine halbe Stunde vorher los. Das Schiff hier ist halt schneller. Ah. Der Versuch war es wert. Neue Welt. Die denkt sich auch so. Ja, du wolltest mir doch jetzt hier helfen, ja. Und ich einfach so eiskalt. Ja, ich habe... Guck mal. Ich habe hier ein paar Holzfällerhütten gebaut. Und die Stadt vorgeplant. Mehr mache ich erstmal nicht. Mehr... Nö. Nö. Lass mal. Das ist so doof. Okay. Immerhin Handel läuft. Ähm. Wir haben... Das ist jetzt hier. Ja, okay. Okay, pass auf. Das nehme ich mal wieder aus dem Handel raus. Ich weiß nicht. Da... Ich glaube, die produzieren nicht schnell genug nach. Das ist... Also ich könnte nochmal eins ausbauen. Aber es lohnt sich nicht. Und die könnte ich auch noch ausbauen. Das sind 100 Handwerker. Ne. Ich spare mir die Arbeitskraft lieber mal. Ich brauche die vielleicht noch für irgendwas anderes. Wie Fleischkonserven zum Beispiel. Oh Gott, das braucht alles Handwerker, ne? Also die Großküche und die Konservenfabrik. Nähmaschinen auf 150 Handwerker. Ich könnte aber eigentlich eine Nähmaschinenfabrik bauen. Warte mal. Ist das Nähmaschinen ein Grundbedürfnis? Ja, ist es. Ja, dann lohnt es sich fast. 2, 4, 5. Ja, wenn wir ein Ding mehr hätten hier, dann wäre das richtig gut. Ja, sonst mache ich die halt wirklich so rum erstmal hin und dann ist gut. Ich kann dann auch eine zweite daneben bauen im Notfall. Wobei, wartet, wartet. Wir können ja den Weg hier einfach mal... ...so arrangieren, dass das dann nachher passt. Habe ich nicht letztes Mal mir einen Steinweg irgendwo hier auf dem... ...Dings gelegt? Einen Hotkey? Statt zum Feldweg? Oder habe ich das über das Kopieren-Tool gemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt theoretisch müssen wir dann... ...eventuell sogar unsere Dings-Produktion wieder anschmeißen. Und die hier. Ich mache die mal wieder an. Sehr schön. Können wir ihm auf jeden Fall mal eine Mission machen. Die anderen bauen so, wie du noch ewig bist. Geil. Wow, das ist ja... Und das hast du jetzt nicht geschafft, es da selber hinzufahren. Die 50 Meter Luftlinie gefühlt. Wahrscheinlich sind es... ...irgendwo 500 Meter Luftlinie, aber... ...gefühlt 50 Meter. So. Ich hätte das auch von hier drüben... ...wenn du ein bisschen rangefahren wärst, hätte ich... ...du hättest du das aufladen können. Dann hätten wir das rübergekart. Dann hätte ich es dir hier wieder abgeladen. Gar kein Problem. Aber ey. Die Fregatte schadet auf gar keinen Fall. Also ihr seid immer noch alle voll. Das ist krass. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug Schnaps. Was gut ist, ja. Nicht falsch verstehen, aber... ...nähmaschinen. Der letzte Schliff und... Tada! Mir schwindelt vom Aufstieg in diesem glitzernden Karussell. Jaja, ich hab gar keine Ahnung, welches Karussell, aber... ...passt schon. Den kann man Lehm freigeben. Ist das da auch wirklich für mich? Du bleibst trotzdem ein Exkrement. Verlass. 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 So. Wir geben denen auch mal Lehm frei. Ganz ehrlich. Wir können den Lehm haben. Falls wir welchen haben. Wir machen hier mal nur die Lehmprobe. Kostet es uns zwar 50 Bauern Arbeitskraft, aber ist okay. Das ganze andere Zeug möchte ich gar nicht freigeben erstmal. Fußbälle. Ja, auf jeden Fall. Und Hochräder. Als Bauern. Konfitüre würde ich machen, aber ich kann auch gar keine Konfitüre bauen, glaube ich. Post. Ja, ich kann auch noch keine Post bauen. So, was macht die? Holzfällerhütten, Kühlereien, Jagdhütten. Mhm. Walddichte. Ah, okay. Ist nicht so schlecht, aber... Ich brauch's jetzt auch gerade aktuell nicht. So, Mercier hat auch eine Aufgabe. Schauen wir mal. Abholaufgabe machen wir auf jeden Fall. Ja, wir hätten auch eine Fregatte kaufen können, aber... Nee. Lass mal. Oh, das war jetzt aber schnell. Achso, die segeln mit dem Wind. Natürlich segeln sie jetzt mit dem Wind. Aber ey, immerhin ist die Quest dann schneller erledigt. Immerhin ist die Quest dann schneller erledigt. Fest der Vernunft, ey. Der soll auch mal zur Vernunft kommen. Mercier, komm mal zur Vernunft jetzt aber. Okay. Tu mal, das eine Schiff überholt das andere gleich noch. Das ist unfassbar. So, was hast du eigentlich für eine Aufgabe? Wir wenden uns nur an die, denen wir trauen. Ah, eine Abholaufgabe, ja. Verrat es keinem. Treib gut. Ja, machen wir gleich, sobald die Schiffe da sind. Gar kein Problem. Alles Geld mitnehmen wir mit. So, das sollte relativ schnell gehen, hier auch. Dr. Harvey Spruiser. Der, äh... Der, der kommt bestimmt freiwillig hierher. Richtig? Richtig. Gar kein Problem. Bin mir da ganz sicher. Ähm, haben wir hier... Hier haben wir keine Häuser mehr, die wir ausbauen könnten. Also, wir könnten noch ein paar Bauern ausbauen. Aber schaut, wir haben jetzt Nähmaschinen. Dadurch ist unsere Beyoncé schon mal wieder... Konserven noch nicht. Ah, ah, okay. Jetzt muss ich sie wieder zurückbringen. Hm, ich seh schon. So ne Quest ist es also. Das Gesetz ist heute auf ihrer Seite. Drei treibt gut. Ja, pass mal auf. Das machen wir einfach währenddessen. Das ist direkt vor deiner Nase. Auf Kurs halten. Also nur zwei. Das ist dritte. Das ist dritte. Ich seh nur zwei. Ah, hier drüben. Hier drüben sollte es sein. Okay. Ja, es liegt ja auf dem Weg. Von dem her gesehen, äh, die neue Welt. Come on, Schiffe. Das hat es echt überholt. Kleinen Luft. Ah, was komplett gegen den Wind segelt. Immer noch. Vielmehr kann man gar nicht gegen den Wind segeln. Ah, hell no. Warum kostet denn eigentlich Holzbrüge so viel Holz? I guess valide, dass es 20 Holz kostet. So ne fette Brücke. Aber, na. Ja, und jetzt segelst du halt auch wieder gegen den Wind. Naja. Was soll's. Die Gefängnisse sind hier. Haben wir da. Krass, ey. Ist auch auf jeden Fall sicher, weil. Du kommst. Wenn du bis dahin schwimmst, dann hast du es geschafft. Oder hier hin. Wobei hier hin ist doch. Ich würde lieber dahin schwimmen. Besser wieder raus. Und du schwimmst hier hin. Ich glaube, das ist am kürzesten. Hier rüber irgendwie. Kisten. Das sind einfach nur Kisten, Leute. Einfach nur Kisten. So. Neue Welt. Komm. Schiffe. Ja. Du nimmst gleich mal 10 Tonnen Stahl und 20 Tonnen Bretter mit, damit wir noch irgendein Konto bauen können. So, aber das heißt, jetzt können wir Häuser ausbauen. Boah, geil. Ja. Einfach. Ran damit. Brauchen wir noch nicht mal Bananen. Nix. Braucht gar nichts. Gar nichts brauchen wir nie. Ach so. Ja, jetzt hätte ich es ganz gerne so umgestellt. Ja, es hat auch lang genug gebraucht, bis das Schiff da war. Gefühlt in zwei Stunden. So. Die Purphoria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Prosperity. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Äh, der Pirate ist nicht feindlich. Nein. Okay. Bin ich beruhigt. Okay, das ist ganz da unten. Ja, es darf das Schiff machen. Neue Ziele. Und du darfst die Gruppe von Flüchtlingen abholen. So, und wir können jetzt, glaube ich, Bananen machen, endlich. Juh, hey. Ist ja, ist ja insane geil. Setz dich lieber in den Schatten. Endlich haben wir es geschafft. Okay. Noch eine Insel entdeckt. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Die Chwater wird wunderbar gehandelt. Das können wir alles mal löschen. So, das ist Prosperity, oder? Ja. Naja, so geiles Dienst jetzt nicht. Auch ziemlich klein, muss man sagen. Aber. Wir machen. Wir retten mal die Leute da. Nachschub. So. Und dann darfst du hierher fahren. Da. Boah, mal gucken, wo du rumfährst. Actually, will ich eigentlich, dass du hier rüberfährst. Und dann. Ach, ne. Das ist ja Schwachsinn. Erst so und dann so. So, jetzt schauen wir uns die Insel mal an. Noch in dieser Folge, hätte ich gesagt. Ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt eine ganz schöne Ölinsel jetzt, ne? Wahrscheinlich sind, es ist die Königin deswegen drauf aus gewesen. Weil die Insel, weil die Insel ganz schön viel Öl besitzt. 13 Ölquellen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt. Eine Kleinstadt. Juhay. Jetzt holen wir erstmal die Gruppe hier ab. Ist nicht so wichtig, dass wir da eine Kleinstadt sind. Gut. Kriegen wir eine Katze hin oder nicht? Die Bewegung braucht neue Helden. Ja. Vor diesem Geschenk des Landes war ich sehr krank. Juhay. Gut, dann würde ich sagen, die erste Gruppe ist gerettet. Damit fängt doch die Story erst richtig an, oder? Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.